Dann wollen wir uns mal aufmachen Jutsu zu fangen, ne? Den alten schwere Nöter. Ich glaube hier in der Höhle gibt es vielleicht auch noch ein paar Sachen, die ich noch nicht habe. Ah, ein Schlup! Danke! Vorne habe ich mich noch gewundert, wo ich das Ding fangen kann. Kannst du mal aufhören rum zu hüpfen? Danke! Oh, schöner Hof! Auch nicht! Kannst du mal jetzt bitte im Ball bleiben? Danke! Wehe du flüchtest! Nice! Schlups, Zunge ist bis zu zwei Meter lang. Kann sie geschickter bewegen als seine Vorderbeine und andere damit paralysieren. Super! Das war von dem Ding abgeleckt, weißt du? Da wird es ja auch bestimmt Austausch geben oder so. Okay, dann... Dann... Ist relativ verwinkelt hier gewesen, die Höhle. Überall... Ich hab keinen... Okay, liegt auch gar nicht viel Zeug rum. Ahhhh... Okay, an diesen leuchtenden Schillen gibt es da rum. Ah, Bonbon... Okay... Okay... Goodulator... Wie möglich sogar noch? Okay... Kling... langueart... Nein... Kling... ... Kling... Wige lieblich! Ich habe jetzt eine gute Sache nie. reicht doch so wirklich als muss die große preis frage wo ich lang muss was denn so ein bisschen wasser wirklich etwas auftauchen tut hier aber jetzt auch nicht erwartet dass ich ein bisschen mehr finde ein bisschen mehr zeug was ich immer noch nicht habe ich habe irgendwie das gefühl dass ich gleich da bin einfach ich habe ich noch nicht oder ich ach ja alles klar warum auch nicht war es ging schnell ach komm machen wir nur ist noch nicht schlecht ich gehe in die hülle rein lauf ein bisschen durch die gegend habe schon direkt gefunden hab ich gedacht das ein bisschen länger dauert bauer mewtwo das ist level 70 ich habe uns vergessen alles klar das könnte vielleicht doch etwas schwieriger werden als gedacht ja es ist level 70 ich war hoffen dass es was wird und es mich nicht wegrotzt jetzt erhöht es wahrscheinlich noch seinen spezial angriff war die spezial verteilung was oh nein ok es könnte schwierig werden ok da kommen amnesie nein ich habe noch so ein großes mundwerk was ja locker easy ok 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 eigentlich oyun auch ein jackpot, kräftbilder auch danke oh niemals wird wahrscheinlich auch direkt weggerotzt wa alter was gar nicht lecker was hier grad passiert nein nein das ist ein gift pokémon und tschüss oh niemals es kann ja nicht wahr sein dass mein team dafür zu schwach ist ich hab auch nur noch eine minute zeit ich hab nur noch ok toppe leber niemals ahhh dicker fick mein leben ja und es benutzt schon wieder psychokinese als optiker sollten dem nicht mal langsam die attacken ausgehen die psychokinese kann doch nur zehnmal benutzt werden oder wie oft kann das ding denn psychokinese benutzen als ob alles klar also wie es aussieht ist mein team wohl zu schwach dafür geil da muss ich wohl noch mal ein bisschen trainieren gehen wer kennt es nicht muss los jungen ich glaube das ist das erste mal dass ich besiegt wurde kacke was was hat das viel denn für werte was soll ich denn dagegen jetzt machen ich jetzt pokémon fangen ohne ende es ist mau es ist auf jeden fall mau ähm ja damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet deal ender kann auch gut anfallen es gibt ja auch nicht mal gute unlicht attacken heißt so das gefühl ja das einzige was ich machen könnte wäre irgendwie die spezial verteidigung von tourtork hochzauern ähm alter ok auf jeden fall nicht so lecker gewesen ah ich hab noch sonderbonbons Junge ja moin ne im meisterball ich ähm ich muss Mewtwo erstmal besiegen damit ich es fangen kann das ist das bescheuerte dran Gripsbonbon Spezialangriff komm ah scheiße Energiebonbon ich nicht ob pokémon nicht wegschicken kann nehmen wir grad mal auf ok sortieren nach Pokémon Art alphabetisch Scharnierer dann weg dann weg 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 RIP das hätte ich jetzt echt weniger gerechnet alter schon echt übel das ist auch echt scheiße schnelles Vieh angriff ja egal was ich mache, hier wird sowieso nichts schneller als das Mewtwo als Tooltalk ist das einzige was da irgendwie eine dämliche Unlichtattacke hat ja Verteidigung klatsche ich aber darauf Busbombung Verteidigung Initiative wird auf jeden Fall niemals schneller das einzige was ich machen kann ist wirklich auf dieses dämliche Tooltalk zu setzen was halt die einzig effektive Attacke dagegen hat obwohl ich kann ja mal gucken Unlicht habe ich keine anderen Unlicht Attacken mehr wirklich Toxin ist Gift Wache Psycho Flamme Knuggler Matchbombe Tatsache Keine Unlicht Attacke 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 Outside Attacke Keine Unlicht EST Was Läّcia Keine Unlicht attacke oh komm scheiß kraft Vitropumpe ok yeah schädelwumme was ist denn schädelwumme gewesen normal der hat mir erhöht eine runde von den greifen nervt mich schädelwumme ja 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 Ah, hier kommt die Geller, ja, man. Scheiße. dann wollen wir mal gucken ob das dieses mal funktionieren wenn nicht dann ja muss ich wohl trainieren also naja zumindest weiß ich jetzt wo ich lang muss ist schon mal die ich habe ich noch nicht das hört auch nicht auf lustig zu sein ja wo fliegt denn der ball in ach getunnelt macht mich das mutuo einfach platt digga naja zumindest fange ich hier wenigstens noch ein bisschen zeug was ich noch brauche hier muss ich nicht lang liegen glaube ich noch items rum einfach wegrasiert worden von dem youtube krasser typ ich weiß noch gar nicht was für sachen auftauchen kleinsteine durch die mitte scheiße ah ne ich glaube ich bin falsch ja wohl topschutz oh riesenperle ratfratz hat eine riesenperle gefunden ich hätte eigentlich viel mehr pokémon fangen sollen wirklich die hauptquelle von erfahrungspunkten sind einfach pokémon fangen auch nicht so unterlevelt jetzt im youtube das ist wirklich einfach weggerotzt worden und hier ist es gewesen ah habe ich alles schon mein leben ach komm ne zeig her was hast du denn gefunden das ist wirklich ein sternstauber macht mich halt schon reich das ding einfach so ein kaper du weiß noch gar nicht warum ich eigentlich speichert aber ich den spielstand eh nicht einlade oh egal sicher sicher nein man ah ich hab schon wieder vergessen zu tutok zu wechseln boah kacke na egal opferlamm scheiß drauf einfach one hit weg tschüss jetzt sollte es vielleicht ein bisschen besser funktionieren aber nun vielleicht was ich versuchen könnte äh äh okay amnesie also die spezialverteidigung steigt damit ich habe gehört deine psychokinese bringt nichts mehr bruder ja mach ich jetzt einfach so lange muss man mal gucken um ein bisschen gegen diesen amnesie kram entgegen zu wirken boah und am ende benutze ich dann einfach mal einen top trank ich hab mir vielleicht mal ein paar mehr von den dingern kaufen sollen ich weiß normalerweise benutze ich die eigentlich auch nicht obwohl es eigentlich obwohl die dinge eigentlich richtig gut sind ich glaube bisher in jedem kampf habe ich die immer missachtet ich glaube schon seit generation 1 was haben wir noch schönes angriff von mega block x treffer das gibt die genauigkeit eines das ist gar nicht gut das ist gar nicht gut also kann ich sein psychokinese kram wenigstens weg oh scheiße nein ich muss kämpfen ah ganz vergessen ich habe den timer vergessen man scheiße ich glaube das schaffe ich nicht mehr einfach one hit tschüss muss los ey diese komischen verstärkungssachen sind echt heftig gibt ja leute so weißt du die die spielen das spiel durch mit irgendwelchen kack pokemon die sie gar nicht aufleveln indem sie das machen äh 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 Yes! Zweiter Ball, Junge! Nice! Alter, aber... Ey, ich hab diese Dinger echt unterschätzt, wirklich. Ich hab ja gewusst, dass sie gut sind, aber so gut... Ich mein, das Aufleveln von dem True Talk wird bestimmt auch ein bisschen was damit zu tun haben. Aber... Ich glaub, ich geh mir davon ein paar Dinger nochmal kaufen, was Mewtwo und Mewweizen sehr ähnliche gibt. Sie gehen auf, doch hinsichtlich ihres Charakters und ihrer Größe unterscheiden sich beide erheblich. Okay. Ähm... Alles klar, Bruder, aber wer kennt's nicht? Schlecht, Herr Specht. Ähm... Schadfratz. Ein, äh... Naja... Nötiges Opfer für die ganze Geschichte. Aber er lebt wieder, er ist wieder da. Ich glaub, jetzt stolze ich noch ein bisschen durch die Höhle durch. Obwohl, eigentlich könnte ich... Na komm, ich schau direkt raus. Und dann versuch ich, den Trainer-Dings zu besiegen. Äh... 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 Nicht schlecht, Alter. Äh... 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 Gehe ich in die Höhle. Und versuch mal, die alte da fertig zu machen. Ach, Alter. Ach, Alter. Ich... Ich kann immer noch nicht ganz nachvollziehen, warum... die es nicht einfach gemacht haben. Dass, wenn ich schon auf Durak fliege, ich auch einfach direkt runter kann mit einem Knopfdruckarm. Was will ich denn in der Arena? Bin ich blöd? Ich bin in der Laden gewesen. Ach, hier vorne. Äh... Angriffs-Plus, Mega-Block. Was ist denn ein Mega-Block? Der Angriffs-Plus. Ah... X-Spezial. X-Abwehr. X-Abwehr. X-Angriff. Das ist bescheuert. Na, sollte es reichen. Das kann ich nicht fassen. Nachdem ist das Mewtwo einfach wegge-one-hitted. Äh... So... Äh... Okay... Ja... Alle guten Dinge sind drei, wa? Dich... Know... ...